Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 19 der Tagesordnung. Der Antrag der Aktuelle Stunde Fraktion DIE LINKE betreffend § 219a vollständig abschaffen. Eingegangen und in Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Verständigung der Bundesebene zur Reform des § 219a StGB Drucksache 19-125-20 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall, vielen Dank. Dann rufen wir diese Tops einfach noch mit auf, nämlich Tagesordnungspunkt 24, 27 und 28. Als erste Rednerin habe ich hier Frau Böhm von den LINKEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Gestern hat sich zum hundertsten Mal das Zusammentreten der Weimarer Nationalversammlung gejährt. Das erste Mal, dass in Deutschland Frauen im Parlament waren. Schon damals war das Thema das Selbstbestimmungsrecht von Frauen wichtig und hat eine große Rolle gespielt. Eine Frage an Sie. Was meinen Sie, wer hat das gesagt? Die SPD-Frauen können dem niemals zustimmen. Das war die Bundesvorsitzende der ASF, der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Was meinte sie damit? Sie meinte im letzten Dezember den neu gefassten Kompromiss, der zwischen CDU und SPD getroffen wurde. Die SPD wollte eigentlich die Abschaffung des § 219a, über den wir jetzt auch schon so lange diskutieren, ein Paragraf, der noch aus der Zeit des Faschismus stammt, als Frauen noch keinerlei Selbstbestimmungsrecht zugestanden wurde. Aufgrund dieses Paragrafen wurden drei hessische Frauenärztinnen in den letzten Monaten vor Gericht gestellt. Sie haben Frauen darüber informiert, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche durchführen, so wie andere medizinische Leistungen auch. Dafür wurden sie von sogenannten Lebensschützern angezeigt. Der Kompromiss, der jetzt in einem Referentenentwurf und gestern vom Kabinett beschlossen wurde, ermöglicht weiterhin nur diese Information. Die Frauenärztin, der Arzt, darf auf der Webseite nicht darüber informieren, mit welcher Methode dieser Abbruch durchgeführt werden kann, welche Voraussetzungen erforderlich sind, was Frau vorher tun muss, welche Kosten auf die Frauen zukommen, etc. Dies soll lediglich den offiziellen Stellen, Ärztekammern usw. vorbehalten werden. Das ist ein Grund, warum dieser Kompromiss sehr schlecht ist. Ärztinnen können weiterbelangt werden, wenn sie informieren. Was passiert denn, wenn die Gießener Frauenärztin z. B. einen Fachartikel zum Thema Schwangerschaftsabbruch veröffentlicht? Gilt das dann auch als Werbung? Wie kann man nur auf diese Idee kommen, dass man für Schwangerschaftsabbrüche werben kann? Sie haben wohl die Vorstellung, dass die Städtereklame zunächst große Tafeln aufstellt, mit denen die Leistung angepriesen werden soll. Wen sollte denn eine solche Werbung erreichen wollen? Die Frauen, die in einer Zwangssituation sind, weil sie ungewollt schwanger wurden? Eine Frau in dieser Krisensituation braucht Unterstützung, sie braucht Information, sie braucht sichere Begleitung und Beratung. Vieles davon können sicher die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen abdecken, sie können aber keine medizinische Beratung durchführen. Sie können auch keine Ärztinnen und Ärzte gewinnen, die die Abbrüche vornehmen. Das werden aber immer weniger. Gerade aufgrund der Aktivitäten von sogenannten Lebensschützern und dieses bewussten § 219a sind viele inzwischen nicht mehr bereit und trauen sich nicht mehr darüber zu sprechen, dass sie diese Leistung erbringen können. In Gießen beispielsweise gibt es nur noch eine Ärztin, die das macht. Es gibt Ärzte, die fühlen sich so verantwortlich für die Frauen und für das Schicksal der Frauen, dass sie mit 70 noch nicht in Rente gehen, weil sie wissen, es gibt keinen Nachfolger und keine Nachfolgerin. Vielen Dank diesen Ärztinnen und Ärzten und diesen Ärztinnen, die sich jetzt getraut haben und vor Gericht gezerrt wurden. Vielen Dank. Diesen gilt unsere Anerkennung, weil sie für uns alle diese schwierige und für sie auch teure Auseinandersetzung führen. Das Land Hessen hat einen Versorgungsauftrag. Es muss sicher sein, dass es genügend Ärztinnen und Ärzte vor Ort gibt, die den Eintritt vornehmen können. Ich bin auch gespannt, wie die Landesregierung aktiv wird und insbesondere, wie sie es den Frauen ermöglichen wird, diskriminierungsfrei in eine Beratungsstelle gehen zu können. Es muss auch Teil der Ausbildung sein, weil es wichtig ist, dass diese Ärztinnen und Ärzte gut ausgebildet sind. Da langt eine Vorlesung in Ethik wahrlich nicht. § 219a steht aber auch für ein antiquiertes und überkommenes Frauenbild. Wie vorhin gesagt, wir befinden uns inzwischen im hundertsten Jahr des Frauenwahlrechts. Frauen sind nicht mehr das Anhängsel von Männern. Männer, die in ihrer Mehrheit in Parlamenten festlegen, wie Frauenleben aussehen sollen. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Genau. Frauen sollen Kinder kriegen dann, wenn sie es für richtig finden. Deswegen stimmen Sie unserem Antrag zu. § 219a muss dringend abgeschafft werden. Vielen Dank. Als Nächste hat sich Frau Schmid-Sauer von der FDP zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Der § 219a StGB normiert bislang, dass Werbung für den Abbruch von Schwangerschaften strafbar ist. Die Vorschrift soll verhindern, dass der Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert wird. Es handelt sich um ein technisch abstraktes Gefährdungsdelikt, das als Rechtsgut das ungeborene Leben schützt. Vor allem seit dem Urteil zum Nachteil einer Gießener Ärztin, die über Schwangerschaftsabbrüche informierte, besteht eine intensive gesellschaftliche Debatte bezüglich der Abschaffung dieses Paragrafen. Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Schutz des Lebens, auch des ungeborenen Lebens, ist ein hohes Gut. Ebenso ist aber das Informationsrecht der Frau und das damit unmittelbar verbundene Selbstbestimmungsrecht ein hohes Gut. Beides gilt es im Jahre 2019 in unserer Gesellschaft zu schützen und zu wahren. Da müssen beide Interessen in einen Ausgleich gebracht werden. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Der Gesetzgeber will, dass Frauen die Möglichkeit haben, bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche zu entscheiden, ob sie ihr ungeborenes Kind bekommen oder nicht. Die Frauen müssen dabei aber auch die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Dies funktioniert nur, wenn es auf der anderen Seite Ärztinnen und Ärzte gibt, die informieren dürfen und damit auch darauf hinweisen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Um dem Informationsrecht der Frauen diesbezüglich gerecht zu werden, setzen wir Freie Demokraten uns klar für eine Abschaffung des § 219a StGB ein. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Die Information hinsichtlich eines etwaigen Schwangerschaftsabbruchs soll nicht mehr unter Strafe stehen. Wir treten dafür ein, dass sich Patienten vollumfänglich über die Möglichkeiten, Risiken und Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs informieren können, und zwar bei Ärztinnen und Ärzten. Es ist zu bedenken, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht nur eine Schwangerschaft beendet, sondern auch einen erheblichen medizinischen Eingriff für die Patienten darstellt. Die Informationsmöglichkeit über diesen medizinischen Eingriff darf doch nicht hinter die Informationsmöglichkeit über andere medizinische Behandlungsmethoden zurücktreten. Außerdem muss, wie bei anderen medizinischen Eingriffen auch, für die betreffenden Frauen die Möglichkeit bestehen, sich zu informieren, welche Ärztinnen und Ärzte das dann wirklich konkret anbieten und Erfahrungen mit so etwas haben. Der § 219a StGB muss diesem Informationsrecht der Frauen Rechnung tragen, und das tut er nicht. Werte Kolleginnen und Kollegen, es besteht keine Notwendigkeit, an dem § 219a juristisch festzuhalten. Der Schutzzweck des Gesetzes wird nämlich bereits im ärztlichen Berufsrecht der Ärzte gewahrt. Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ist bereits durch das ärztliche Standesrecht verboten und ist nicht zielführend, Ärztinnen und Ärzte zu unterstellen, dass sie für einen Schwangerschaftsabspruch in grob anstößiger Weise überhaupt werben würden. Aus Sicht der Freien Demokraten sollte ein Eingriff in Rechte nur erfolgen, wenn dies nicht anders und hier insbesondere eben durch die berufsständigen Organisationen selbst geregelt werden könnte. Dies ist wie aufgezeigt der Fall. Es besteht daher kein Anhaltspunkt dafür, dass bei der Einhaltung des bestehenden Werbeverbots für die zuständigen Ärztekammer dies nicht ausreichend kontrollieren würden oder dieser Aufgabe gerecht würden. Nun sollen wir nach diversen Anträgen, die heute Morgen noch kamen, dem Berliner Weg folgen. Die vorgeschlagenen Kompromissformeln beschäftigen sich alle mit Änderungen des § 219a. Wir Freie Demokraten hätten uns unter dem Signal der Regierungserklärung Aufbruch und Wandel auch ein Aufbruch und Wandel in der gesellschaftspolitischen Haltung gewünscht. Frau Schardt-Sauer, ich darf Sie auf die abgelaufene Redezeit hinweisen. Die Kompromissformel beschäftigt sich nicht mit einer Lösung. Sie verwaltet bei den Ärzten eine Verbotsformel. Vor allem das Recht der Frauen, sich dort zu informieren, wo sie wollen, bleibt auf der Strecke. Bei allen Änderungen wird die gesellschaftliche Realität nicht wahrgenommen. Aus Sicht der Freien Demokraten kann es nur einen Weg geben. Das ist ganz klar. § 219a gehört gestrichen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede der Abg. Schardt-Sauer. Als Nächster hat sich die Abg. Brünnel von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Das derzeit noch geltende Gesetz und es ist ein Bundesgesetz, über das wir heute hier wieder im Hessischen Landtag debattieren, hat dazu geführt, dass sich Ärztinnen und Ärzte vor Gericht für etwas verantworten müssen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, nämlich dafür, dass sie über ihre Tätigkeit informieren. Wohlgemerkt informieren, nicht werben. Dass Ärztinnen und Ärzte für eine sachliche Information immer wieder mit einem Fuß vor Gericht stehen, ist ein unhaltbarer Zustand. Darüber sind wir uns hier sicherlich mehrheitlich einig. Wir sind uns sicherlich auch einig, dass Abtreibung nicht auf Großflächenplakaten oder blinkend in Schaufenstern angeboten werden sollte. Die Annahme, dass dies ohne § 219 des StGB passieren könnte, würde ihn tatsächlich unverzichtbar machen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, was bislang unter der Überschrift des § 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft steht, stellt nicht nur werbende Handlungen unter Strafe, sondern auch die Personen, die darüber informieren, dass sie nach § 218a Abs. 1 bis 3 StGB straflosen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Nun liegt uns auf Bundesebene der Vorschlag der Bundesregierung zur Änderung des § 219a vor. Der Kabinettsentwurf sieht eine Erweiterung des § 1 Abs. 4 vor, der dann Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäusern und Einrichtungen erlaubt, darüber zu informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und dies ohne kriminalisiert zu werden. Zudem soll die Bundesärztekammer künftig eine Liste mit Ärzten und Krankenhäusern führen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Diese Liste soll regelmäßig aktualisiert und für Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht werden. Gelingt all dies, meine Damen und Herren, so ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Es bleibt aber durchaus weiter zu diskutieren, warum das Gesetz unserer Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern nicht gestattet, direkt auf ihrer Internetseite sachlich über ihre Methoden der Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Es stellt sich weiterhin die Frage, worum es eigentlich geht, wenn der bisherige § 219a genutzt wurde, um Ärztinnen und Ärzte für den bloßen Hinweis auf ihre Tätigkeit vor Gericht zu stellen. Es geht einigen um weit mehr als den § 219a. Es geht Ihnen darum, schwangeren Frauen in einer Konfliktsituation den Zugang zu Informationen zu erschweren, wenn nicht sogar sie unter Druck zu setzen. Für eine selbstbestimmte und sorgfältig abgewogene Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch sind sachliche Informationen notwendig. Es muss also mithilfe der Gesetzgebung sichergestellt werden, dass Frauen in einer solchen Situation Rat und Unterstützung finden, statt Diskriminierung und Drangsalierung. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Es geht darum, dass Frauen ein unbedrängter Zugang zur Beratung offenstehen sollte und auch darum, dass beratende Ärztinnen und Ärzte sowie Institutionen nicht gegängelt werden. Wir werden uns deshalb genau anschauen, und das ist das, was wir hier machen können. Wir können uns anschauen, ob jetzt auf Bundesebene die vereinbarte Änderung des § 219a diesen diskriminierungsfreien Zugang zukünftig tatsächlich gewährleistet. Wir werden auf jeden Fall weiterhin all jenen entgegentreten, die auch im Jahr 2019 den Frauen noch immer keine verantwortliche Lebens- und Familienplanung zutrauen. Wir GRÜNE setzen uns für die Abschaffung des § 219a in seiner jetzigen und bisherigen Form ein. Die Änderungen, die bislang bekannt sind, sind für uns ein erster Schritt. Im Mittelpunkt steht für uns die Frage, ob die nun getroffenen Regelungen tatsächlich die Probleme der Frauen und der Medizinerinnen und Mediziner lösen kann. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD der LINKEN Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben viele neue Kollegen hier im Haus. Das war auch die erste Rede von Frau Brünnel. Als Nächste hat sich die fraktionslose Abg. Walter zu Wort gemeldet. Ihnen stehen zweieinhalb Minuten Redezeit zu. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe LINKE, Sie behaupten, dass Frauen das Recht haben müssen, sich über den Schwangerschaftsabbruch bei Ärzten zu informieren, die auch selbst den Abbruch durchführen. Falsch. § 219 StGB, Abs. 2, Abs. 3 besagt. Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen. Zu Recht. Es heißt nämlich Schwangerenkonfliktberatung und nicht Abtreibungsinformationsgespräch. Ein Arzt handelt in eigenem Interesse, wenn er bestimmte Dienstleistungen anbietet. Er will diese Dienstleistungen verkaufen. In Deutschland darf ein Arzt aber kein Dienstleister sein, wenn es um die Beendigung eines Lebens geht. Wenn dem so wäre, warum hat sich der Hessische Landtag 2014 gegen die aktive Sterbehilfe ausgesprochen geschlossen? Ärztliche Beihilfe zum Selbstmord lehnt man ab. Ärztliche Beihilfe zur Tötung ungeborenen Lebens soll aber weiter erleichtert werden. Die Abschaffung von § 219 StGB wird die Abschaffung von § 219 StGB nach sich ziehen und somit die Pflicht zu einer Beratung aufheben. Die Beratung dient aber dem Schutz des ungeborenen Lebens. Es geht nicht darum, die Frau von der besten Abtreibungsmethode zu überzeugen, sondern die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihre Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Ebenso besagt § 219 StGB, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft ein eigenes Recht auf Leben hat und dass ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann. Sie wollen die Ausnahme zur Regel machen. Ihr eigentliches Ziel ist nämlich die Abschaffung von § 218. Eine Abtreibung ist kein alltäglicher medizinischer Eingriff. Deswegen darf die Aufhebung der Pflicht zur Schwangerenkonfliktberatung nicht ausgehebelt werden. Die Beratung muss weiterhin organisatorisch getrennt sein von den Kliniken und Arztpraxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Sie, liebe SPD, monieren, es gebe hohe Hürden, um Informationen zu erhalten. Falsch. Es gibt flächendeckend in Deutschland Beratungszentren. Ich bin keine christliche Fundamentalistin. Als Frau und werdende Mutter sage ich Ihnen, ihr Vorhaben ist unerträglich und enthürtigt jedes ungeborene Kind. Frau Walther, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede der Abg. Walther. Als Nächster hat sich Herr Papst Dippel von der AfD zu Wort gemeldet. Entschuldigung, Frau Papst Dippel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich stelle zunächst einmal fest, dass das Ringen um die Gesetzgebung rund um den Schwangerschaftsabbruch eine sehr lange Tradition hat. Eigentlich sollten alle Argumente ausgetauscht sein. Es gibt aber bekanntlich immer wieder Überraschungen. Dafür sorgte die Jugendorganisation einer hier anwesenden Partei, die über den Schwangerschaftsabbruch bis zum Ende der Schwangerschaft diskutierte. Entschuldigung. Ich erspare mir hier an dieser Stelle weitere Ausführungen, nur soweit. Hier wurden Grenzen überschritten, und nicht nur die des guten Geschmacks. Zurück zur Streichung des § 219a, die in Hessen gar nicht allein möglich ist. Es ist ein Bundesgesetz, darauf wurde schon hingewiesen. Wenn man den Schutz des ungeborenen Lebens anerkennt, dann schränkt man natürlich die alleinige Sicht auf die Frau als Schwangere ein. Aber die Möglichkeit zur Schwangerschaft gehört zum Frausein. Ich persönlich empfinde sie als Privileg und Verpflichtung, zugleich Leben geben zu können. Aber auch Konfliktsituationen sind mir wohl bekannt. Jede Frau sollte in ihrer individuellen Situation sehr ernst genommen werden, und natürlich auch individuell beraten werden. Alle diese Aspekte haben zur aktuellen Gesetzeslage geführt, die dem Spannungsfeld zwischen Frauen im Konflikt auf der einen Seite und dem ungeborenen Leben auf der anderen Seite Rechnung trägt. Das Schwangerschaftskonfliktgesetz geht noch dazu auf die Vermeidung von Konfliktsituationen für die Frauen ein und bezieht die Väter, ganz wichtig, auch bei der Familienplanung und bei Beratungen ein. Nun komme ich zu einem Punkt, der noch nicht ganz praktisch angesprochen wurde. Ich zitiere eine Frau, die unlängst im Konflikt beraten wurde und sich gegen das Kind entschieden hat. Was will man da noch leichter machen? Eine erste Information wurde im Internet gefunden, aber das persönliche Beratungsgespräch bei Pro Familia habe doch gutgetan. Alles Weitere war unproblematisch. Also, ein Anruf, ein Gespräch mit der Nennung von Adressen. Was will man da noch leichter machen? Wozu also den § 219a streichen, der eine Grenze zieht zum wichtigen Schutz des ungeborenen Lebens und damit noch einmal die nötige Sensibilität im Umgang mit letztendlich Emotionen schärfen soll. Die eingereichten Dringlichkeitsanträge halten wir also für unnötig. Zustimmend könnte man dem Schutz vor Demonstrationen in der Nähe von Beratungsstellen. Denn dort entscheiden sich Frauen für oder gegen ein Kind eben auch dafür. Da kann man nicht gegen demonstrieren. Die AfD-Fraktion wird sich ganz klar gegen eine Abschaffung positionieren. Auch eine Aufweichung des Werbeverbots in jeglicher Form zulasten des Ungeborenen lehnen wir aus den genannten Gründen ab. Ein Angebotstableau dient mitunter auch der Werbung. Vielen Dank. Als Nächster bitte ich Herrn Bartelt von der CDU ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Gesetzesvorhaben zur Änderung des § 219a auf Bundesebene ist ein ausgewogener Kompromiss. Er festigt den Rechtsfrieden. Die unterschiedlichen Positionen, Erhalt des Paragrafen in der bisherigen Form und dessen ersatzlose Streichung werden in der Gesellschaft zusammengeführt. Werbung für den Schwangerschaftsabbruch durch Praxen und Kliniken wird weiter unter Strafe gestellt. Die Information aber, dass in der Einrichtung der Abbruch unter Einhaltung der Gesetze durchgeführt werden kann, wird gestattet. Betroffene können darüber hinaus durch Verweis nähere Informationen durch neutrale Stellen, Ärztekammern und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Details des Eingriffes erfahren. Insbesondere wird der Informationsauftrag an die Bundesärztekammer gesetzlich verankert. Eine Liste aller Einrichtungen, die den Eingriff durchführen können, wird öffentlich zugänglich gemacht. Diese Liste wird monatlich aktualisiert. Dieses Gesetzesvorhaben stimmt in vielen Punkten mit dem überein, was die Koalitionspartner in Hessen bereits in der letzten Debatte zu diesem Thema in Antrag und Redebeiträgen vorgetragen haben. Sie waren aber meines Erachtens noch detaillierter und noch praxisorientierter. Auch sie sind natürlich ein Kompromiss von unterschiedlichen Ausgangspositionen der Koalitionspartner hier. Ich möchte deshalb dies noch einmal kurz zusammenfassen. Erstens. Die unabhängigen Beratungsstellen, durch die viele Schwangerschaften erhalten werden, müssen gestärkt werden. Der Zugang muss für die betroffenen Frauen ungehindert sein. Jeder physische oder psychische Druck muss unterbunden werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Insofern haben wir diese Punkte noch einmal in unserem Dringlichen Antrag zusammengefasst. Es besteht auch Konsens dahingehend, dass wir den Punkten 1, 3 und 4 der Sozialdemokraten inhaltlich folgen können. Zweitens. Der Besuch dieser Beratungsstellen erfolgt vor der Kontaktaufnahme mit der Einrichtung, die über den Abbruch dann medizinisch und individuell aufklärt und den Eingriff dann auch durchführt. Drittens. Wenn sich die Frau zum Abbruch entschließt, hat sie Anspruch auf Wahlfreiheit, der Praxis oder der Klinik, die den Eingriff durchführt. Viertens. Die Liste über diese Einrichtungen muss umfangreich sein. Die in diesem Punkt mancherorts vorhandenen Defizite sollen beseitigt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass einige Frauen den Eingriff wohnortnah durchführen lassen möchten, andere aber eher wohnortfern eine Praxis oder eine Klinik aufsuchen möchten. Dieses Kriterium erfüllt sowohl unseren Vorschlag, sie durch die Gesundheitsämter die Listen und auch die geplante Regelung auf Bundesebene führen zu lassen. Meine Damen und Herren, die Debatte hier im Landtag war zumindest gedanklich zielführend für den jetzigen Kompromiss in Berlin. Darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Wir werden bei der Umsetzung unsere Beiträge leisten. Wir wollen für den Kompromiss in der Gesellschaft werben. Wir wollen den Rechtsfrieden stärken. Wir wollen möglichst viele Schwangerschaften erhalten. Wir wollen die Frauen in ihren Rechten unterstützen und in Notlagen helfen, unabhängig davon, wie sie sich nach dem Beratungsgespräch entscheiden. – Vielen Dank. Herr Dr. Bartelt, das war eine Punktlandung, was die Redezeit anbelangt. Als Nächste darf ich Frau Gnadl nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will vielleicht meine Rede heute so beginnen. Das gesellschaftliche Klima hat sich verändert. Ich finde, das war auch heute bei der Debatte im Hessischen Landtag deutlich zu spüren. Denn das, was an gesellschaftlichen Diskussionen und Einschüchterungsversuchen auch von Frauen, die sich in einer solchen Notsituation befinden, hat mittlerweile auch Einzug in den Hessischen Landtag gehalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen finde ich es wichtig und notwendig, dass wir uns auch hier im Hessischen Landtag über ein so gesellschaftspolitisches relevantes Thema unterhalten und diskutieren. Die Abschaffung des § 219a war unsere Grundposition als SPD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, daran hat sich auch nichts geändert. Wir halten nach wie vor den § 219a im Strafgesetzbuch für überflüssig. Eine vollständige Abschaffung des § 219a war aber in der Bundesregierung aufgrund der Haltung von CDU und CSU nicht möglich und ist am Ende daran gescheitert. Jetzt liegt uns ein Kompromiss der Bundesregierung vor. Wir haben uns das schon sehr genau angeschaut. Wir finden, dass dieser Kompromiss, der vorliegt, im Ergebnis positiv ist. Denn er stärkt erstens das Informationsrecht der Frauen, die sich in einer absoluten Notsituation befinden, wenn sie sich darüber Gedanken machen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Das finde ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der wichtigste Punkt an diesem Gesetzentwurf, dass die Frauen einen erleichterten Zugang zu mehr Informationen bekommen. Zweitens. Der Gesetzentwurf schafft Rechtssicherheit, und er entkriminalisiert die Ärztinnen und Ärzte. Denn bisher, das hatten wir 2017 auch schon im Hessischen Landtag nach der Verurteilung einer Ärztin aus Gießen debattiert, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht auf ihrer Homepage darüber informieren durften, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen können. Das, denke ich, ist der zweite wichtige Punkt an dem Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, dass wir das ändern und dass wir in diesem Bereich Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte schaffen. Ich will noch einmal sagen, der Gesetzentwurf sieht noch mehr vor, die Information, dass sie Abbrüche durchführen dürfen, dass er für Ärztinnen und Ärzte und auch Krankenhäuser nicht strafbar ist, diese Information zu geben, dass aber auch die Bundesärztekammer eine Liste führt, in der noch weitere Informationen zu finden sind, nämlich auch über die Methoden des Schwangerschaftsabbruchs selbst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass offizielle Stellen sachliche Informationen online vorhalten müssen. Ich denke, das ist auch gerade wichtig, weil viele Frauen, die im Internet nach Informationen suchen, und ich will es noch einmal wiederholen, die sich in einer absoluten persönlichen Notlage befinden, dass diese nicht nur auf unseriöse und tendenzielle Seiten im Netz stoßen, sondern dass sie eben auch sachliche Informationen bekommen. Das ist, denke ich, gerade für Frauen in einer solchen Notlage besonders wichtig. Dieser umfassende Zugang wird durch den Gesetzentwurf, der jetzt in Berlin durch die Bundesregierung vorgelegt wird, erleichtert. Deswegen sagen wir, dass es positiv ist, dass es hier zu einer Veränderung des § 219a kommen wird. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der Punkt, was in den Verhandlungen noch erreicht wurde. Den finde ich auch wichtig. Der wurde auch schon von den Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben, Frau Brünnel und Frau Böhm, haben auch angesprochen, dass wir nämlich auch Ärztinnen und Ärzte dringend weiterqualifizieren müssen, dass auch dieser Versorgungsengpass, den es momentan gibt, weil es eben sehr wenige Ärztinnen und Ärzte gibt, die Schwangerschaftsabbrüche überhaupt durchführen und auch nur noch wenige Krankenhäuser, die das durchführen, dass dieser Versorgungsengpass entgegengewirkt wird und dass der Bundesgesundheitsminister bis zum Ende des Jahres ein entsprechendes Konzept vorlegen muss, wie diesem Versorgungsengpass entgegengewirkt werden kann. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, der zwar nicht in dem Gesetzentwurf steht, aber der eines der wichtigen Verhandlungsergebnisse aus dem September des letzten Jahres ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Redezeit ist schon abgelaufen. Ich bitte, dass Sie zum Schluss kommen. Ich denke, wir müssen alle daran arbeiten, dass sich auch das gesellschaftliche Klima verändert. Der § 219a und die Änderung insbesondere dieses Paragrafen kann nur ein kleines Detail dabei sein. Ich möchte, dass Frauen einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Einrichtungen bekommen. Deshalb fordern wir auch in unserem Antrag die Landesregierung auf, entsprechend nach Lösungen suchen, dass Frauen, die sich zu einer Beratungsstelle hingehen, nicht weiter diskriminiert, eingeschüchtert und bedrängt werden. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. – Der Minister hat das Wort, Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich einmal festhalten, wie die Beratung und Informationen für Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen verbessert werden kann, ist eine extrem sensible. Sie ist das grundsätzlich, aber aktuell natürlich besonders aufgrund der Diskussion um das sogenannte Werbeverbot des § 219a. Über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch entscheiden zu müssen, ist für jede Frau höchst schwerwiegend. Um diese Entscheidung treffen zu können, ist der freie Zugang zu Informationen entscheidend. Der ist unter den derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen für die betroffenen Frauen aber alles andere als gewährleistet. Deshalb geht es in der Diskussion um den § 219a zum einen darum, ob Frauen in Konfliktsituationen ausreichend und neutral über die Möglichkeiten der Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs informiert werden können. Zum anderen geht es um die Ärztinnen und Ärzte und die Frage, ob sie sich weiterhin einer drohenden Strafbarkeit aussetzen, wenn sie über ihr Angebot im Internet informieren, weil sie für die Durchführung eines Abbruchs zwangsläufig ein Honorar erhalten. Deshalb will ich einmal festhalten. Im Mittelpunkt muss für uns stehen, dass Frauen in solchen Konfliktsituationen die notwendige Unterstützung erhalten. Dazu gehört ausdrücklich der Zugang zu ausreichenden Informationen. Ärztinnen und Ärzte müssen straffrei bleiben, wenn sie Informationen bereitstellen. Denn wenn Ärztinnen und Ärzte trotz des großen Risikos von Demonstrationen und Anfeindungen freiwillig öffentlich machen, dass in ihrer Praxis ein Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglich ist, verdient dies Respekt und nicht die Verfolgung durch die Justiz. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, die Betreuung, Beratung und Information von Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen darf nicht behindert und erschwert werden. Ziel derer, die das versuchen, ist, dass letztlich keine Arztpraxis oder Einrichtung mehr Schwangerschaftsabbrüche durchführen will, oder dass die Frauen, die dringend Hilfe suchen, alleine gelassen werden oder sich einem Spießrutenlauf ausgesetzt sehen. Auch deshalb haben wir in unserem Regierungsprogramm vereinbart, dass der Zugang unbedrängt, diskriminierungsfrei und unbeeinflusst gewährleistet sein muss. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung weist durchaus in die richtige Richtung. Denn künftig soll es Ärztinnen und Ärzten erlaubt sein, im Internet darüber zu informieren, dass sie in ihrer Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Bundesärztekammer soll dann eine Liste führen, die monatlich aktualisiert wird und Adressen von Kliniken, Ärztinnen und Ärzten und anderen Einrichtungen, die ihre Adresse freiwillig mitgeteilt haben, enthält. Auch bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll diese Liste veröffentlicht werden. Weitergehende Informationen, beispielsweise über die verschiedenen Methoden eines Abbruchs, sollen durch Verlinkungen auf bestimmte neutrale Seiten, z. B. Beratungsstellen oder Landesbehörden, erlaubt sein. All dies auf freiwilliger Basis. Wie weit das in der Praxis trägt, müssen wir dann allerdings auch gemeinsam genau beobachten. Für uns steht jetzt im Vordergrund, sorgfältig abzuwägen und zu prüfen, ob die betroffenen Frauen in einer solchen persönlichen Notsituation auch an die Informationen gelangen, die sie für ihre schwierige Entscheidungen benötigen, und ob für die Ärztinnen und Ärzte auch in der Praxis die erforderliche Rechtssicherheit entsteht. Wenn dieser Gesetzentwurf dazu beiträgt, diese beiden Kriterien besser zu gewährleisten als bisher, dann bringt er uns auf dem richtigen Weg voran. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. – Uns liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass ich nun in das Abstimmungsverfahren eintrete. Es liegt zum einen vor der Antrag 116 aus der 20. Legislaturperiode von der SPD. Da wurde mir signalisiert, dass der Punkt 3 separat abgestimmt werden soll. Ansonsten machen wir 1, 2, 4. Dann machen wir es so. Nehmen wir zunächst den Punkt 3 des Antrags. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Entschuldigung. Herr Präsident, wir würden darum bitten, dass wir diesen Antrag, die Punkte 1, 3 und 4, getrennt abstimmen. Das macht die Sache jetzt nicht einfacher. Ich mache es mir jetzt ganz einfach. Wir stimmen einfach jeden Punkt einzeln ab. Ist das so okay? – Gut. – Punkt 1 des Antrags 116 aus § 20. Wer ist dafür? – Die LINKEN, die SPD, die GRÜNEN, die Schwarzen, die Magentafarbenen. Wer ist dagegen? – Die AfD. Damit ist angenommen. – Plus, fraktionslos. – War dagegen. – Bei Punkt 2. Wer ist dafür? – Das sind die LINKEN, die SPD und die FDP. Wer ist dagegen? – Das sind die AfD, das sind die CDU und das sind die GRÜNEN. Damit abgelehnt. Wer ist dagegen? – Ich habe einen schlechten Überblick von hier oben. Das übe ich aber noch. Wer ist dagegen? – Das sind die AfD, die FDP, die LINKEN und die fraktionslose Kollegin. Damit ist angenommen. Die Drucksache 19. – Drucksache 19. Drucksache 19. Wer ist dafür? – Die SPD, die GRÜNEN, die CDU und die FDP. Wer ist dagegen? – Die AfD. Wer enthält sich? – Die LINKEN. – Damit ist der Antrag angenommen. Ich habe die Ziffer 4 des Antrags angenommen. Damit haben wir die Drucksache 19-116 bearbeitet. Die Drucksache 19-125 liegt mir vor der Wunsch, dass Punkt 4 getrennt abgestimmt wird. Bevor ich wieder Fehler mache, bitte ich, dass der Kollege Rudolf auch noch ein Wort erläutert wird. Wir bitten, Herr Präsident, die Ziffer 3 getrennt abzustimmen. Also, wie gehabt, Stress pur, viermal abstimmen. Wer ist für die Ziffer 1 des Antrags angenommen? SPD, GRÜNE, CDU, FDP. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Moment. Machen wir erst einmal Enthaltung. AfD, DIE LINKE und die fraktionslose Kollegin. Wer war dagegen? Eben, weil jemand doch geschrien hat. Das doch nehmen wir einfach zurück. Das kommt aus dem Protokoll wieder heraus. Der Antrag ist angenommen, auch in dieser Ziffer. Jetzt kommen wir zur nächsten Ziffer. Wer ist dafür? Ziffer 2. Jawohl. Die SPD, DIE LINKE, die GRÜNEN, die CDU und die FDP. Wer ist gegen die Ziffer 2? Die AfD und die fraktionslose Kollegin. Angenommen. Ziffer 3. Wer ist dafür? DIE LINKE, die GRÜNEN, die CDU und die FDP. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Die AfD und die fraktionslose Kollegin. Wer enthält sich der Stimme? Die Sozialdemokratie. Angenommen. Ziffer 4. Wer ist dafür? SPD, GRÜNE, CDU. Wer ist dagegen? Die AfD, die fraktionslose Kollegin, die FDP und DIE LINKE. Damit ist er angenommen. Wir kommen zum Antrag 126 aus dieser Legislaturperiode, der Gott sei Dank nur aus einem Satz besteht. Deshalb kann ich hier einfach abstimmen. Wer ist dafür? Dem bitte ich das Handzeichen. Das sind DIE LINKE und die FDP. Wer ist dagegen? Das sind die Sozialdemokraten, die GRÜNEN, die CDU, die AfD und die fraktionslose Kollegin. Damit ist er abgelehnt. Die Aktuelle Stunde, so soll ich für das Protokoll sagen, ist damit abgehalten. Damit kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich dem Tagesordnungspunkt 20. Bevor ich diesen aufrufe, möchte ich unsere langjährige ehemalige Kollegin, Frau Callenas, auf der Besuchertribüne ganz herzlich begrüßen. Danke. 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 Danke.